Hallöchen meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Wordless. So, wir haben ja beim letzten Mal da rechts den Boss schon mal angefangen. Es wird ein bisschen schwieriger, als ich es wahrscheinlich erwartet habe. Ähm, aber wir hüpfen... Okay, so spielt mir die Tüte. Wir hüpfen direkt rein. Weil ich... Hahaha. Ah, war aber Blitz. Okay. Naja, wo war das nochmal? Nach RB. Oh! Wie er einfach in der Luft bleibt. Hahaha. Oh! Nun. Oh! Falsch! Ne, das war nicht gut. Oh! Ich muss auf dem Boden sein, dachte du? Okay. Okay. Oh, ich muss wieder auf dem Boden sein dafür. Okay. Oh! 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 Wie gemein! Oh! 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 Ich war fast da! Warte mal, ich konnte mich gerade im... im Kampf nicht... Oh verdammt. No! War das was anderes? Oh! Oh, falsch. Hä? Ah! Oh, einmal noch. Frech. Ah, jetzt da war's. Okay. Ich hab falsch gedrückt. Schon wieder. Ah! Wie kann ich das nochmal abreichen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh! Ah! Das war falsch. Das war richtig. No! Okay, bleib bitte oben. Nun. Oh. Ah! Beim zweiten hätte ich mich wieder zu dem roten umtauschen müssen. Warte mal. Das war falsch? Das war richtig. Es ist RT. Ich habe RB aufgeschrieben. Kann ja nichts werden, so. Warte gerade so. Hä? Warum geht denn das nicht? Ich bin doch sicher, dass ich das letztes Mal freigestaltet habe. Nun. Oh. Dass ich mein Mikro jetzt rausgezogen habe. Gibt ja schlicht. Gut. Äh, warte mal. Wollen wir vielleicht... Wir haben ja noch ein paar Grüne, wollte ich gerade sagen. Guck mal, wir haben ein Blitzchen noch. Dann machen wir... Nein. Dann machen wir den doch mal frei. So, dann haben wir da nämlich auch die dritte Stufe. Und Eis machen wir jetzt auch voll. So. Hätten wir hier, hätten wir hier nicht machen können, weil hier alles rot ist. Rot. Oh. Ah ne, ich wollte gerade sagen... Oh, das sieht ja auch cool aus. Wollte gerade fragen, ob ich für den dann einen blauen oder einen roten bekomme. Aber ich bekomme dafür nur einen grünen. Okay. Auf geht's. Hallo. Oh, das war falsch. Hm. Das war auch wieder falsch. No! Woop! Ha ha! Oh, ha 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 ha! Der war ja schick. Muss ich ja dazu sagen. Oh, ich habe ihn ausgewichen. Ich bin ihm ausgewichen. Los, 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 los. Oh no. No. Ja, das gibt es noch nicht. Aua. Wechsel dich, wechsel dich. Hm. Oh no, no, no. Oh. Ah. Oh. Das war so gut. Aber ich habe es wieder nicht hinbekommen. No. Was war denn das nochmal? Warum habe ich mir das hier aufgeschrieben? Wo ist es? Oh, ist es aufgeschrieben. Es ist entweder beides oben oder beides unten. Absorbieren? Ich habe mir doch absorbieren aufgeschrieben. Gibt es ja wohl nicht. Nun. Gut. Hallo. So falsch. So falsch. Oh, ich dachte zu früh. Nee, das war sogar richtig. Okay. Ah, hör auf damit. Miau. Ach ja. Ah, ich hab die falsch genommen. Ah, schön. Oh, cool zuvor. Boah. Boah. Ah, ich bin wieder so früh gewesen. Also da kann ich diesen Doppelmodus echt noch nicht einschätzen. Uh. Nein, komm, komm Platz. Dankeschön. Dankeschön. Ah. Ah. Ich versteh das nicht. Warte. Warte. Ich komm gleich wieder. Also es ist doch beides. Das obere. Aber das habe ich doch gedrückt, oder nicht? Oh. Oh. Ich versteh das nicht. Ja. Wah. Okay. Das war's. 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 Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.